Kuckuck! Herzlich Willkommen zu einem wundervollen neuen Video. Schön, dass ihr eingeschleudert habt. Heute geht es wieder mal in den Baumarkt, denn wir wollen für die Schülkröten einen Bachlauf bauen bzw. wir haben ja schon einen Bachlauf, aber wir wollen den Bachlauf ein bisschen schöner und größer machen und deswegen gehen wir jetzt in den Baumarkt. Let's go! Zeig uns mal deine Ausbeute. Unsere Ausbeute? Erde! Wundervoll! Erde! Wiegt ja nicht. Dann, wundervolles Piece. Einmal 25 Kilo. Einmal 25 Kilo. Und nochmal 25 Kilo. So, dann, ich durfte mir Blumenkästen kaufen. Voll cool. Ich mag Blumenkästen. Wir haben ja einen Balkon, da müsste ich Blumen hinhängen. Genau. Jetzt haben wir hier schöne Blumen geholt. Einmal Blütenteppich und Wild- und Gartenblumen. Darauf freue ich mich schon. Da. Und die Blumenkästen. Ja. Und wo ist die Teichfolie? Da ist die Teichfolie. Okay. Dann sind wir in unserem Teich wieder. Ja! Und was gibt's für Zwischendurch? Unsere Burger. Chicken Burger haben wir uns gemacht. Was hast du drauf an Soße? Äh, Ketchup, Süßsauer, Mayo und Ketchup. Okay. Ich hab Süßsauer und Remoulade. Was dir schmecken. Wird gut. Und dann in die Arbeit. Oh, das ist lecker. Oh ja. Das ist so wie ein Glücksladen. Ich hab Durchfall. Das wird noch besser. Schau mal hier. Nee. Ja, ich hab. Ja, ich hab. Ja, ich hab. Das ist ja widerlich. Also das Ding hat mal gearbeitet, würde ich sagen. Ja. Oh, wie das schon klingt. Guck mal hier. Oh, was für Klunken da abgehen. Das macht Spaß. Ihhh, war das nicht immer für nicht mal ein Jahr, gell? Krass. Oh, haha. Ich hab dich angespritzt. Solange du nur mich anspritzt und nicht die Kamera. Ja, das spricht. Ja, so geht was. Yeah. Da sprudelt der Schlamm. Oh, da drin ein Bart nehmen. Das ist bestimmt mega gesund. Ich hoffe, man hat das jetzt richtig gesehen. Wegen Sonne und Schatten war das so ein bisschen... Ja, Schlammbart. Könnt ihr hier umsonst haben. Boah, der hier ist richtig schlimm. Schau mal hier. Boah. Und boah. Und dieser Löwenzahn sieht auch kein Morgen mehr. Der wächst morgen richtig gut. Ja, der geht morgen drei Meter nach oben. Ihhh. Feinste Dinger. Mhhh. Das ist ja gelb, das Zeug. Ja, das ist eigentlich gelb. Sehr knallig gelb. Ach so. Ja. Ja, sieht man. Nicht. Ich bin gespannt, wie das Wasser reagiert. Das hier. Alles, was jetzt da drin ist, wird gleich sterben. Meinst du? Nein. Oh, das ist voll warm. Echt? Ja. Da ist unglau. Ah, wie neu. Oh, die Pflanzen zwischendurch. Ich hoffe, die überleben. Sieht voll schön aus. Ja, stimmt. Das war mal sauber, das Wasser. Das war mal sauber, das Wasser. Ach ja, das war hinten. Tadaa, wie neu. Ja, schön. Da kommt es, da kommt es. Oder? Ja, da kommt es. Tadaa. Oh, wie schön. Da macht es. Braune Brühe. Oh, yay. Lass ihn zuziehen. So. Da läuft es lang. Hier kommt es. Hier läuft es. Da hat er grüne Insel vorbei. Das sieht geil. Da ist eine kleine Runde. Ah. Und. Ja. Schaffst du das? Oh, wie schön. Nach draußen da läuft schon ein Teich. Schön braun. Ja, das ist auch von dem Kies jetzt noch. Das muss jetzt sein, Leo, oder? Ich hoffe, die Insel überlebt. Die ist wunderschön. Die ist echt geil. Durch den hellen Kies. Wunderschön. Oh, wie schön. Bist du stolz? Ja, doch. Haben wir gut gemacht. Komm, komm. Ein Fall. Fall nicht rein. Das ist tief. Ja. Ja, drinkisch. So, liebe Freunde. Wir sind am nächsten Morgen an unserem Teich gekommen. Beziehungsweise zu den Landschulkröten. Und es sieht unglaublich toll aus. Und das Wasser ist nicht verschwunden. Das heißt, alles ist dicht. Juhu. Und es läuft. Die Schulkröten mögen es. Die sind auch in Monaten noch dicht. Aber ich glaube schon. Ja, ich glaube auch. Also so wird es grob, wird es hoffentlich passen. Wenn da so eine ganz kleine Undichtigkeit ist, dann macht das ja jetzt nicht. Aber so. So ist das very nice. Da. Und das ist wirklich schön geworden. Genau. Und alle genießen das schöne Wetter. Die Schulkröte auch da drüben. Da sitzt eine. Dieter, guck dir mal. Die genießt das Wetter. Das ist natürlich einfach schön jetzt für die Schildkröten. Und die anderen, die hier die planschen noch ein bisschen. Mit den Fischen zusammen. Genau. Somit endet unsere Baustelle hier. Haben wir gut gemacht. High five. Ja. War wirklich gut gemacht. War anstrengend. War anstrengend. Ja. Sieht schön aus. Sieht schön aus. Hat sich gelohnt. Ja. Dann liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bei unserem kleinen Projekt. Und wir bedanken uns. Und sagen. Tschüss. Tschüss.